seid gegrüßt und willkommen zur 27 episode meiner partisans 1941 let's play serie viel spaß beim zuschauen das ist ein alarm was ist das hier das ist ein mg oder stand im g also auch so dingsbums da dürfen wir auf keinen fall dran wie gehen wir denn am besten vor wir müssen den typen daraus kriegen irgendwie das hier scheint der haupteingang zu sein so haben hier überall büros das hier scheint ein hintereingang zu finden hier hinten kriegt keinen unbemerkt weg hier drin könnte irgendwer rumlungern durch den im weg locker ja was machen so wobei ich kriege auch irgendwen weg nach der oben hin einzeln ne schwierig den würde ich wegkriegen hier ja den holen wir uns es ist beschlossen gehst man hier raus du kommst mit als support da oben ist ja noch ein dritter du kommst mal hier hin mit hin das ist dumm wenn der uns sehen kann mal testen ob der uns hier hört bitte nur einer okay stück ran vielleicht nur den haben auch wenn der jetzt wieder da ist na wo beide willst nicht mitkriegen das wäre supi wenn das so klappt konnt ihr noch weiter loben nein ernsthaft ne das das finde ich nicht gut ne das lassen wir so dass es irgendwie zu frickelig werde ich nicht ich überlege gerade ob ich hier eventuell wo gucken die hin hier könnte ich hin zu dem geschütz das würde ich super gerne benutzen aber da geht alles zugrunde glaube ich aber ein versuch ist es ja wert nicht wahr wo sind die anderen beiden hier da ich überlege gerade ob ich hier vielleicht stehen lasse oh da ist ja auch noch einer zwei drei oh nö erst mal steine sammeln schwierig ich lasse die beiden noch mal hier hingehen zum gucken was hier so schönes ist hier war ja dass das 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 hilft mir nicht wirklich weiter ich suche mir einfach den einzelnen den hier den hole ich mir testen speichern und pfeifen oh die checken das ne das finde ich nicht gut ach das ist doch kacke dass die das immer mitkriegen ich denke ich muss hier voll reingehen und das so machen wie ich mir eben dachte eventuell sogar mit dem ähm mg oder ich gehe mal den holen doch das mache ich theoretisch dürfte er mich gar nicht sehen auch wenn ich hier laufe ernsthaft ach so hier ist licht verdammt da war ja was das licht hier nicht irgendwie aus nö renn das hier sollte ja oh verdammt ach nö warum ist denn da eine patrouille aber gut dass ich die patrouille mal sehe wo geht die durch hier oder was oh je oh die gehen zurück hm aber ich befürchte ja dass wir hier rein müssen bitte sag mir dass du ne mine dabei ist du hast ne mine dabei jetzt wäre es super cool wenn ich ihn anlocken könnte der kommt wahrscheinlich ne das wäre natürlich auch gut das wird nicht passieren aber hier wird ja noch keiner sehen keiner hat es bemerkt oh je ich werde so viel zeug hier liegen lassen habe ich gespeichert beichern schwierig theoretisch müssen wir nur den auftrag erledigen und können wahrscheinlich hier raus schüler die patrouille hier schau jetzt mal da ich diese mine hier hin liege bin im dunkeln ich bin im dunkeln was hat er noch dabei was hat er noch dabei ähm hm nichts zu benutzen was hast du du hast nichts in der art warte du hast du hast du hast du hast du hast mit dir kann ich was anfangen freund hm hier könnte ich drüber steigen aber das hilft nicht wirklich was hast du den irgendwie holen ich versuche es mal hier pfeif mal nicht dein ernst ja komm das schaffen aber die patrouille kommt keiner okay was war hier drin zivilist das haben wir nur noch einen hier stehen könnten theoretisch zwei hier hinlocken okay wir versuchen es mal hier oh verdammt die patrouille wenn die weg ist machen wir das mit beiden sollen wir das hier hinkriegen messer werfen und und angriff genau die warten wir ab die müssen wir später hier rein locken ich habe noch keine ahnung wie ähm genau vier echt jetzt wobei müssten ihn müsste ich mal woanders hinbringen hier hin dass er von hier aus wirft weil die kriegen das ja auch nicht mit oder oh die sehen die theoretisch wo das licht an ist nicht gut noch was näher ran speichern wirем oder dann f w w w w w w w w Moment mal, du hast Gläser dabei, ne? Ein Glas. Oh, der sieht das ja nicht. Oh, verdammt, der sieht das? Why? Der sieht ja nicht, der sieht ja nicht, der sieht ja nicht. Hallo? Wo sind die? Dass der das nicht mitkriegt. Oh, ernsthaft? So viele... Ich fühle mich, ich bin auf der Reaktion. Ich bin auf. Das war kein Plan. Ich bin hier. Hm, hm, hm. Hm, ich hätte direkt anfangen sollen, die Einzelnen auszudünnen. Hm, den könnte ich auch noch einzeln holen. Oh, oh, da ist einer drin, den will ich gar nicht. Oh, verdammt. Ich könnte mir vorstellen, dass der da draußen das hört, äh, der drinnen das sieht. Oder dass die den sehen. Oh, nee, das ist schlecht. Ich werde jetzt hier hingehen, die beiden mir holen. Ja. Oh, jetzt. Nicht looten. Oh, der geht ja auch hier rum. Oh, oh. Ja, aufzuluten. Hm, hm, hm. Wo guckt ihr denn hin? Guckt ihr vielleicht auch noch mal hier hin? Dann würden wir hier noch einen wegholen. Los, dreh dich. Oder er hier vielleicht. Der sieht doch bestimmt, wenn sie eine Flasche hinlegt. Ach so, das Problem ist ja, er wird es mitkriegen. Und der wird hier was mitkriegen. Ach man. Speichern. Nee, wir brauchen die zwei. Auch da hinten. Und auch sicherlich eben hier kurz vorbeigehen. Natürlich kommen wir wieder von hier. Hm, hm, hm. Oh ja, hätte ich da drüber gekonnt? Wow. Läuft. Dann holen wir uns nämlich die hier. Und sie geht jetzt hier hin. Das sehen die nicht, ne? Nö. Zu dunkel. Okay. Gehst du mal da hin? Ach, das Blöde ist ja, dass hier auch noch einer rumlungert irgendwo. Oh, doch nicht. Dann rufen wir mal. Vielleicht gehen wir beide. Oh, das würde ich gerne wissen. Sehen die uns hier vielleicht? Hört er uns? Natürlich fand da auch noch einer. Ja, komm. Echt jetzt? Oh, aber das Gute ist, wenn er hier hinguckt, dann könnte sie ja... Legt jetzt hier die Flasche hin. Komm, da ist eine Flasche. Geht hin. Was ist das? Hör? Hör? Verdammte Partisanen. Ihr werdet schlecht. Verdammte Partisanen. Nein! Okay, wir greifen wohl an. Granate. Oh je. Ähm, wen habe ich gerade? Den Jungen? Hier außen können sie nicht rum. Oh ne, wer davon... Dahinten kommen nur welche. Ähm. Sie müsste ihn mal aufheben. Oh oh. Zwei. Wurf, wurf, wurf. Wirf. Oh Gott. Oh, super gefährlich hier. Ähm. Kannst du ihn aufheben? Hm. Kacke. Kannst irgendwas werfen, Typ? Oh je. Nein, die sind da durchgelaufen. Verdammt. Schaffen wir so nicht. Sie ist auch schon down. Nö, bringt nix. Neuladen. Äh. Äh. Nö, das ging ja voll nach hinten los irgendwie. Aber das bringt mich halt auf die Idee. Aber das war ja echt dumm, dass sich die Flasche zudem teleportiert hier. What the fuck? Ich würde sagen, wir versuchen die hier auszuschalten. Locken die irgendwie hier hin. Eventuell. Moment mal. Hier geht ja keiner mehr rein oder raus. Den hier betäuben. Oh, da kommt doch einer. Vielleicht können wir den aber gut weglocken. Muss ich mal machen. Aber das sehen wir dann in der nächsten Episode. Wenn euch die heutige gefallen hat, könnt ihr sie natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu hier lassen. Und um zu sehen, wie es hier weiter geht, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.